Bruchrechnen geht nicht ohne den Bruchstrich. Was das genau ist und was er macht, das zeige ich dir in diesem kleinen Video erklärt von lernförderung.de. Was ist der Bruchstrich eigentlich? Du benutzt ihn bestimmt ganz oft und weißt das vielleicht auch. Aber mit dieser Eselsbrücke kannst du es dir sehr gut merken. Dieser Strich weiß jedes Kind. Eigentlich zwei Pünktchen sind, nämlich das Geteilzeichen dreiviertel mit dem Bruchstrich ist genau das gleiche wie drei geteilt durch vier. Der Bruchstrich, der bedeutet also nichts anderes als das Geteilzeichen. Oben ist der Zähler und unten steht der Nenner. Wie hier drei Viertel. Mathe ist halt was für Kenner. Auch das ist eine Eselsbrücke, die du dir merken kannst. Grundwissen Bruchrechnung. Der Bruchstrich bedeutet geteilt. Der Zähler steht oben und der Nenner steht unten. Du teilst also Zähler durch Nenner. Dieses Video ist von lernförderung.de und wenn es dir gefallen hat, gib uns doch ein Like, schreibe etwas in die Kommentare und abonniere unseren Kanal. Viel Spaß beim Bruchrechnen. Bis zum nächsten Mal.